Als top gesetzte Mannschaft der FC Sevilla, das ist natürlich das schwerste Los, was man hätte bekommen können. Aber wir nehmen diese Herausforderung an. Es ist ja auch Ansporn genug, auch gegen so einen Top-Gegner beste Leistung zu zeigen. Und wir haben zuerst Heimrecht, also wir können vorlegen. Und ich glaube, dass unsere Fans uns großartig unterstützen werden gegen den FC Sevilla, damit wir hier zu Hause ein gutes Ergebnis erzielen für das Rückspiel. Vielen Dank.